Moin moin meine Freunde und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Diablo 3 Reap of Souls Hardcore Season 2 hier bei Because Gaming is Fun! Ja! Huh! Ihr hört's, Krischi ist mit dabei, moin moin! Moin moin! Und ja, würde ich sagen, gehen wir direkt rein wieder. Alles klar! Wir sind gerade auf dem Weg, den silbernen Turm, so wie gesagt, glaube ich, zu besteigen, um zu Diablo zu gelangen und dem das Handwerk zu legen. Ja. Ich glaube, du hast recht. Silberner Turm. Achso, ja. Erstmal in der Zitadelle. Jawohl. Hier hatten wir doch letztes Mal noch unsere Ausrüstung verkauft und so. Mit so großen Spannern sollen wir? Teleportier dich einfach zu mir. Achso, du hattest noch dein... Ich hatte mein Portal noch. Ich konnte einfach durchgehen. Schweinerei. Achso, klar. Ich bin dir ja nachgejoint. Von daher werden meine Stände nicht gespeichert. Genau. Ich sehe jetzt zwar auch die Karte nicht mehr, aber wir haben ja schon den blauen Pfeil, wo wir hin müssen. Naja. Dann... Kriegen wir da der hin. So, gut. Alles klar. Oh, Gold, 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 Gold. Oh, ja. Ja, mit dem Gold. Was später kostet ja auch einmal irgendwie so ein Diamanten aufwerten oder so beim Juwelier. Mhm. 200.000. Weißt du, das Geile ist, ich habe mich gerade hierhin teleportiert. Zum Wegpunkt. Ja, sowohl. Teleportier dich mal zu mir. Ja, sowohl. Er soll 200 Meter nach hinten teleportieren. Jawohl. Läuft bei dir. Ich weiß gar nicht, dass wir den Wegpunkt schon freigeschaltet haben. Stimmt, der Silber... Ampfort? Was passt der denn hier? Stimmt. Oh. Hier waren wir ja vorhin schon. Warum war dein Wegpunkt da hinten? War doch hier schon. Oh. Explodiert er? Ja. Ich überlege jetzt auch gerade nochmal. Aber hier sieht auch immer alles gleich aus bei Diablo. Ja, ne, aber hier waren wir ja wirklich schon. Da war eben gerade der Rare Mob, der nichts gedroppt hat. Hat er ja diesmal auch wieder nicht. Ja. Aber wir sind im silbernen Turm Ebene 2. Ja. Vielleicht hätten wir letztes Mal noch ein bisschen weiterspielen lassen. Einfach so, um auf die nächste Ebene zu kommen. Vielleicht. Ja gut, egal. Ja. Hallo. Das wäre aber echt abnormal, wie viel Damage du machst, ey. Ja, ich mache wirklich nichts. Oh, Stufe 49. Jawohl, GZ. Okay. Aber bei mir... Ich habe ja eingestellt, dass nur Zahlen aufsteigen, wenn ich kritische Treffer mache. Ich habe fast nur Schadensanzeigen. Hm. Ja, klar. Wenn ich fast nur Crits mache, mache ich halt so extrem viel Schaden. Ja, du hast so eine extrem hohe Angriffsrate. Da ist das einfach... Richtig. Gut, aber darauf skillt der Dämonenjäger ja eigentlich auch, ne? Also... Irgendwo auch normal. Jo. So, dafür geht deine Zähigkeit ja ziemlich durch die Decke, im Gegensatz zu meiner. Ja gut, ich trage ja halt auch richtige Rüstung. Du trägst nur deine Umhänge da. Ach, du bist schon vorgerannt. Ja, unten war doch nichts mehr, oder? Ja, nö. Hatte mich noch ein paar geschnetzelt. Okay. Oh, Ram up. What? Oh, offen weiß ich noch nichts. Ah, es stand doch gerade unten, dass du einen angegriffen hast. Ja, weiß nicht, aber ich habe ihn noch nicht gesehen, bevor ich da mal sag. Hey, nicht weglaufen, hier Arschloch. Okay, down ist er. Oh, explodiert! Jo. Uiuiui. Das ist noch so ziemlich das einzige, wovor ich Schiss habe. Diese explodierenden Gegner. Ja. Haben wir auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Vorsicht, die Diener gehen auch hoch. Jo. Oh, auch Stufe 49. Sehr gut, dann können wir ja gleich erstmal gucken. Ich freue mich auf die eine Fähigkeit, die ich auf Level 61 noch freischalte. Da soll ich mich irgendwie in die Rache persönlich verwandeln können. Das finde... Hatte ich ja damals auch. Ich fand's nicht so geil. Also für den Anfang ist es natürlich ganz cool, aber... Das hält glaube ich für 20 Sekunden oder so mal gerade. Hat dann eine Abklingzeit von 5 Minuten oder so. What? Also, weiß ich nicht. Es hat eine hohe Abklingzeit. Wie viel, weiß ich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, das würde den Geschützturm quasi ersetzen dann. So, gucken wir doch erstmal rein Fertigkeiten. Toll. Ey! Überwältigen? Überwältigen? Guck mal, ihr Schweineviecher. Weg mit euch. Aber was war ein Überwältigen? So, Fertigkeiten. Oh, Christoph Brück ist online. Sehr gut, dass... Verlass deine Falschmeldung. Bitte? Sehr gut, dass ich dem vorhin gesagt hatte, ich habe keine Zeit zu zocken, da ich eine Verabredung habe. Sehr gut. Jetzt bin ich beiß. Hm. Solltest du vielleicht kurz sagen? Äh. Ja. Warte mal. Äh. Äh. Warte mal. Wie meinen das gerade? Freunde. Glaubst du mal weiter, ja. Ja. Ach, keine Ahnung. Weiß ich jetzt gerade nicht. Weiß später. Verdenkt sich jetzt auf die Haarschlöcher. Müssen wir da oben hin? Ja. Oh. Wollen wir gleich hingehen? Hier oben ist schon der Pfeil. Jaja, eben, das ist der Pfeil. Wollen wir gleich hingehen? Ach so. Ja. Doch. Einmal kurz gucken. Hier ist nix. Die Himmelszene. Oh. Alles klar. Uiuiui. Erfolge. Oh ja. Du schon wieder. Wir wollen. Wie ich sehe, schenkt ihr meiner Warnung keine Beachtung. Oder denkt ihr vielleicht, ihr seid stark genug, um gegen mich anzutreten? Jupp. Wenn ihr mich auf die Probe stellen wollt, dann werden wir es herausfinden. Imperius. Hört auf mit dem Irrsinn. Diablo ist der Feind. Nicht die Nephilim. Kyrel. Um euch werde ich mich noch früh genug kümmern. Ich werde... Was ist das? Nein. Diablo hat den Bogen erreicht. Oh, sind wir plötzlich nicht mehr so mächtig. Nein. Diablos Verderbnis greift bereits nach dem Kristallbogen. Deshalb sind die Engel gefallen. Sollte sein Licht für immer erlöschen, wir müssen Diablo schlagen, bevor das geschieht. War mir doch so, man kämpft nicht mit diesem Erzengel. Imperius. Diablos. Diablos schändliche Verderbnis versperrt uns den Weg. Bleibt zurück. Eldruins Licht wird den Weg freimachen. Der Erzengel ist nicht mehr so. Ironisch, dass er jetzt mächtiger ist als die Engel. Jooo, irgendwie schon. So, weiter geht's. Wer ich eher, ich würde jetzt Imperius köpfen. Nein. So, sprech mit Tyrael, alles klar, getan, Wegpunkt freigeschaltet, go zum, oh! Was? Das ging jetzt schneller als erwartet! Okay! Ja go for it! Ja dann, alles klar! Ah ne, findet Diablo, erstmal sind wir doch nochmal, vermutlich ein, zwei Ebenen hoch! Obwohl? Sollten wir jetzt schon auf Diablo treffen? Ja! Würde ich mal stark behaupten! Hallo! Ach du Scheiße! Bist du ready for den Endkampf? Weiß ich nicht! Oh Gott! Lea hat sich so ein wenig verändert! Leicht! Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass sie hübscher geworden ist! Alles klar! Go for that! Ja, Diablo kann gar nix! Aber danach können wir die Schwierigkeitskarte hochstellen, dann geht's ab! Ja, ja! Beziehungs... Hey! Der hat mich gefangen! Aua! Ich bin betäubt! Ah ja, jetzt kommt das Zwischending! Ja! Beschreckensreich! Oh nein! Also ich muss sagen, bisher am schlimmsten war immer noch Belial in seinem Zwischenreich, da hab ich nämlich richtig Schaden gekriegt, da war ich kurz vorm Krepieren! Hehehe! Nein, warte, jetzt kriegen wir doch die Kopien von uns! Ja! Oh nein! Glaubst du, die sind so stark? Weiß ich nicht, wenn sie so stark sind wie wir, dann ja! Also ich stell jetzt erstmal die zwei Geschwitztwimmer auf! Okay, die können nicht so viel, Gott sei Dank! Die können überhaupt nix! Ey! Der hat mich für ohnmächtig gehauen! Wollen wir so? Okay, Nummer eins weg! Na gut, aber die kommen ja immer wieder! Ja, gut! So Diablo, wo bist du? Da bist du! Diablo's Schatten meine ich natürlich! Ach komm, fang mich doch nicht die ganze Zeit hier ein, ey! Lol, lol, lol! Ah, er macht doch trotzdem kein Damage! Na ja, ich hab schon Haltrank geschluckt, mein Leben ging gerade rapide abwärts! Oh, okay! Als er mich in der Hand hatte, war das unwitzig! Okay, der Schattenklohn ist ein bisschen stärker geworden! Ja! Alter! Kann man aufhören hier? Arsch! Wieso bin ich denn jetzt schon wieder ausgenockt? Weiß ich nicht, bin ich auch ständig! Ich muss raus aus diesem Feuerball! Ja, dann mach das durch! Ach komm, lauf doch nicht schon wieder weg hier! Der hat mich herangezogen! Ja! Der haut auf mich ein, macht mir trotzdem keinen Schaden! Das ist doch... Oh! Oh, sehr gut! Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da! Hier geblieben! Juuuup! Sehr gut! Zurück in die richtige Welt! Ach, das hatte ich jetzt schwierige Erinnerung! Ja! Deutlich! Nein! Dieses abarmliche Licht muss ausgelöscht werden! No chance, Bro! Alles, was du jemals kanntest! Alle, die du jemals geliebt hast, werden zusammen mit dir sterben, nie verlieben! Dum dum dum! Glaube ich nicht! Ah, stimmt! Er war jetzt so ein bisschen schneller geworden, ne? Naja! Ich steh trotzdem hier drin und krieg keinen Schaden! Tch! 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 Oh, legendärer mächtiger Gürtel. Nicht nur ein legendärer Gürtel, sondern ein mächtiger Gürtel. Aber bin ich jetzt mal gespannt noch. Der ist ganz schön scheiße. Ich habe einen legendären Ring. Gucken wir mal, was der kann. Plus 8% Schaden, minus 8% Zähigkeit, minus 3% Heilung. Hm, das maximale Wut. Die Schaden von Raserei. Komm, legen wir trotzdem mal an. Was können hier alle? Uh, das ist nett. Das ist sehr nett. Legen wir den ab und drücken den ran. Der hat sogar noch einen leeren Sockel für später. Plonk, so. Okay. Okay, alles klar. Legen wir auch an. Ich habe für den seltenen Schulterschutz für Dämonenjäger. Vielleicht bringt der dir was. Ähm, ja, ich habe eigentlich einen. Der ist besser als mein legendärer. Auf dem gleichen Level. Ja, noch hilft. Aber nicht so. Schade, der vor allem Sprecht mit Aurel, um eure Aufgabe zu vollenden. Da ich dran bin, werde ich ja gleich vermutlich nochmal im Nachhinein die Zwischensequenz einblenden müssen. Bei mir startet er die ja nie. Stimmt. So, sollen wir schon mal mit denen reden? Von mir aus gerne. Ähm. Ja. Soll ich eben mit aufnehmen und dir die Zwischensequenz dann schicken? Ne, ne, ich gehe einmal kurz aus dem Spiel raus und dann kann ich sie ja abrufen. Achso, stimmt. Okay, alles klar. Gut. So, das können wir uns ja mal kurz angucken. Anhören. Was für Pessimisten. Der Satz macht Sinn, wenn man weiß, dass danach noch ein Add-on kam. Iiii... In den nächsten Akt begeben. Ja. Hast du mit Zwischensequenz? Sieht so aus. Ja. Okay, dann bin ich ruhig. Am Ende war sein sterbliches Herz, das zwei Rechten vor dem Enttergang rechnete. Und das oberste Übel für immer, der Siegner. Ja. Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui-Ui. Es ist der Anbruch eines neuen Tages für Engel und Menschen. Denn die größten Verteidiger der Menschheit, die Nephilim, haben sich erhoben, um die Finsternis zu bekämpfen, der wir uns in unserem Stolz nicht stellen wollten. Meine Brüder, ich nehme meinen Platz unter euch wieder ein, aber diesmal als Sterblicher. Da der Gerechtigkeit heute Genüge getan wurde, werde ich nun die Weisheit vertreten. Für diejenigen, die alles riskiert haben, um uns zu retten. Für immer werden wir einander zur Seite stehen. Engel und Menschen. Im Lichte dieses glorreichen neuen Mordens. Alles klar. Läuft es bei dir noch, Krischi? Bei mir ist jetzt die Sequenz für Akt 5. Ja, bei mir nicht. Gut, aber genau das wollte ich gerade sagen. Die würde ich jetzt dann nochmal einblenden. Ich kann die gar nicht überspringen. Loll. Okay. Ja, ne, wir sind jetzt in Akt 5 angekommen. Und da gibt es auch ein cooles Intro. Dafür muss ich allerdings einmal das Spiel verlassen. Entschuldigung, dass ich die jetzt in die Sequenz reinspreche, Krischi. Du, alles gut. Ich kenne die ja schon. Ja, gut. Dann verlasse ich jetzt einmal das Spiel und... Da muss ich, glaube ich, einmal die Gruppe verlassen, oder? Ne, Filmsequenzen. Gut. Ich verlasse aber trotzdem einmal das Spiel. Kurz, ja? Okay. Wir können jetzt den Schwierigkeitskratten aufstellen, aber dafür muss ich das Spiel verlassen. Ah, stimmt. So. Und jetzt bin ich wieder ruhig. Die Diablo war besiegt. Eine Zeit lang schien es, als würde Frieden herrschen. Doch es sollte nicht sein. Denn Diablos Essenz lebt den schwarzen Seelenstein weiter. Ich kann den Stein weder zerstören, noch kann ich zulassen, dass sein Übel in den Himmeln verweilt. Und deshalb muss er verborgen werden. Sogar vor den Engeln. Ich bete nur, dass es ausreichen kann. Ich bete nur, dass es ausreichen kann. Ihr habt treu gedient, Hurra-Brenn. Eure Aufgabe hier ist erfüllt. Und ihr solltet alle... fliegen. Mein Mann. Mein Mann. Das war's für heute. 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 Ja, damit ist meine Folge auch vorbei. Auf Meister hast du hochgestellt. Auf Meister habe ich jetzt hochgestellt. Genau, das ging. Achso, höher nicht. Nein, wir haben eben auf Profi gespielt. Ja, klar. Aber es hätte ja sein können, dass wir direkt schon auf Qual stehen können. Qual kann man erst, wenn einer ihrer Helden Stufe 60 erreicht hat. So. Aber wir gucken jetzt erst mal, wie wir uns auf Meister schlagen und dann stellen wir bei Level 60 auf Qual hoch. Ist irgendwann einer von uns verreckt. Sollte man am Ende der Story nicht eigentlich schon ungefähr auf Level 60 angekommen sein eigentlich. Das könnte schwierig werden gleich. Aber wie wir uns anstellen in Akt 5, das seht ihr gleich aus Krischis Sicht. Richtig. Danke euch viermal fürs Zusehen. Wir sind schon irgendwie deutlich weiter gekommen, als wir anfangs vermutet hätten. Oh ja. Jetzt mal gucken, ob wir Akt 5 auch noch meistern können. Wie gesagt, das erfahren wir nächstes Mal. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.